Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario Galaxy. So, im letzten Part haben wir die erste Galaxis mehr oder weniger abgeschlossen. Und wir machen jetzt bei der zweiten weiter. Aber ich glaube, man kann später hier noch ein paar andere sammeln. Aber wie gesagt, wir machen jetzt mal hier ein bisschen mit der Story weiter. Was haben wir jetzt hier für eine? Die Hon... Ah, das ist auch cool. Anlass kann ich mich noch relativ gut erinnern, das Honigbienenkönigreich. Flieg, Bienen, Mario! Okay, wir müssen da nach hinten. Ja, die Galaxis ist mega cool. Und hier kann ich nicht hoch. Mein Gott. Okay. Gute Info. Wir müssen die Königin begrüßen, alles klar. Oh, da haben wir sie schon. Bienenmario. Ja, das war richtig cool. Okay, ich kann auch normal weiter... Uah! Uah! Ich glaube, aber ins Wasser darf man nicht kommen, glaube ich. Ah! Nice trick. Was ist das hier? So, was haben wir hier jetzt? Was ist das hier? Ich kann noch mal kommen, die sind... Oh, nee, das kann ich nicht. Okay. Okay. Oh, nee, das geht gar nicht. 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 Dann gehen wir mal zur Bienenkönigin, oder? Ich muss noch aufpassen, weil ich glaube, das Wasser darf ich nicht berühren, glaube ich. Ich kann hier so rauf und sie von mir weg. Ich hätte zur Frage genommen, ob ich dieses Bienenkostüm hier brauche. Nee, ich bekomme hier nochmal eins. Okay. Okay. Was sagt der hier? Bienen lügen nicht. Uah! Oh, es geht sich ums Haaresbreite aus. Man kann sich aber da irgendwo anhalten, oder nicht? Diese komischen Dinger da. Okay, ich kann diesen Mega-Jump nicht machen. Das ist gut zu wissen. Da hinten haben wir auch die Bienenkönigin schon. Uah! Warte mal, hier kann ich aber hoch. Wieder schütteln. Oh Gott. Ah, hier kann ich hoch. Okay, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war nicht gedacht, dass ich hier direkt hinkomme. Okay, was ist das hier? Wo kann ich hier entlang? Uah! Ich habe jedes Mal Panik, dass ich da runterfinge, dieses schwarze Loch, oder was das ist. Aber hier kann ich, glaube ich, dran, ja. Uah! Als ob das solche Sounds macht, auf diesen Honig. Jetzt dachte ich schon, hier geht es nicht weiter. Oh, wer bist du denn? Okay. Ich juckt es am ganzen Körper. Eieieiei. Ein bisschen Zentrieren hier wieder, das Style. Okay, ich kann die wegkicken auch. Halt jetzt solche Dinger da. Boah, steht schon echt krass, was. Habt ihr das gesehen? Schon wieder. Manchmal spackt diese Steilungen irgendwie. Ich kann mich gleich viel besser. Boah. Ist aber noch nicht vorbei, das Level. Wie kommt man da nach oben? Oh, das ist... Eine Biene. Luigi? Wir haben einen Bauerstern, okay. Hä? Ah, das ist wahrscheinlich dann das Level, oder? Nice. Ach, die Musik ist so cool, wie man einen Stern bekommt. Stern erhalten. Ah, jetzt komme ich auch wieder zum Anfang. Irgendwas ist jetzt hier los. Nice. Neue Galaxies entdeckt. Schon wieder. Mario, der Name ist Mario, nicht wahr? Okay. Eine Erinnerung hoch. Zur Garage gebracht. Auf jeden Fall besuchen. Speichern auf jeden Fall. Die Musik ist so schön in dem Spiel. Es ist unglaublich, wirklich, wie schön die ist. Hier können wir später was machen. Auch irgendeine Bisschen hergeschafft. Okay. Sie helfen uns, die Powersteine zu suchen. Auf jeden Fall sehr cool. Wir gehen auf jeden Fall weiter. und schauen uns das nächste Level an. Ach, die. Testsurfen. Da ist aber nur ein Stern. Ach, dass man dann hierher kommt, wahrscheinlich. Dann machen wir hier das nächste. Was haben wir jetzt hier? Ich glaube, es gibt auch in jeder Galaxis immer einen Bossfight, glaube ich. Notfall am Wachtturm. Das könnte sich wie ein Bossfighter anhören, oder? Oder? Nee, glaube ich nicht. Obwohl, oh ja, da waren... da waren Maxi-Pilz wieder. Willkommen in der Galaxis. Nice. Oh, da kann man direkt hier hoch, oder wie? Schütteln. Oh. Hä? Was war das denn für eine Falle? Oh, was war das für ein Fail? Alles klar. Perfektes Level, also perfekter Level-Start auf jeden Fall mal. Boah, das kann man das noch treffen. Was sind denn das für Dinger immer? Ja, aber das muss man hier machen. Vielleicht kann ich mir da irgendwo das Ding holen. Hier vielleicht. Oh, was kann ich hier? Hier entdinget auch immer noch der Rückwärtssprung. Also der Bandsprung. Nee, es muss tatsächlich so gehen. Ja, da bin ich doch vorher runtergeflogen. Hä? Wie ist denn das passiert? Wieso bin ich da vorher runtergeflogen? Sehr mysteriös, Leute. Okay, da müssen wir hin auf jeden Fall. Okay, den Wegler kann ich töten. Da hinten ist auch die Bienenkönigin. Okay. Ah, da muss ich Sidewitsprunger machen wieder. Das Level gefällt mir auf jeden Fall schon deutlich besser als für das Erste. Das ist auch wieder so ein pulsierendes Ding hier. Oh. Ich will die einsammeln. So, weg mit diesen Piraten. Ja, pflanzen hier. Uh. Ah, das ist schon cool gemacht mit dieser Gravitation. Ah, das ist wieder der unbesiegbare Mario. So. Dö, 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 dö. Alles mitnehmen, Leute. Hier ist, glaube ich, nichts mehr sonst. Oh. Okay, da hat jetzt nichts. Was ist das hier? Ach so. Okay. Okay, es dauert jetzt schon an. Oh Gott. Da unten wäre ein Maxi-Pilz. Okay, ein Leben noch. So, jetzt aber. Sag mal. Ob ich da jetzt so fehle? Ah, hier kann ich auch hoch. Ich glaube, da oben ist wieder so ein Mini-Boss, glaube ich, dann. Ah, okay. Okay. Was erwartet uns hier? Was ist hier der Notfall? Oh, wir sind das. Okay. Oh. Als ob das diese Mission war. War ja viel zu einfach auch wieder. Also es müsste jetzt auch kein Boss sein, es war ein normaler Gegner, einfach. Nice, Leute. Und den nächsten Ding haben wir. So, was ist das nächste Level hier? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, das ist nur ein Boss-Gegner, glaube ich, diese 8er-Dinge. Aber ich glaube, wenn wir das Level schaffen, dann auch das nächste, oder? Was haben wir jetzt hier? Gegenangriff der Stinkkäfer-Familie. Oh, das hört sich nicht gut an. Und hier haben wir dann einen richtigen Boss-Fight. Jetzt gibt es hier aber richtig Ärger. Stinkkäfer-Familie ist hinter mir her. Ja. Okay, da haben wir schon gleich einen Maxi-Pilz. Habt ihr es wieder gesehen? Schon wieder? Was ist das immer? Diese komische Steuer. Wir haben ein Bienen-Ding wieder. Ich frage jetzt nur, wo wir hin müssen. Müssen wir da wieder nach oben? Ich weiß gerade echt nicht, wo wir hin müssen, Leute. Das kann ja nicht richtig sein. In der Weise checkt man nicht, wo man hin muss. Schau wieder. Ab und zu hat diese Steuerung noch was, finde ich. Oder müssen wir jetzt zur Königin? Ich glaube schon. Ah ja, da ist die Bienenkönigin noch. Den mach mal, mach mal wieder Stunk. Kannst du mal mit ihnen reden. Okay. Da gibt es anscheinend schon öfters Ärger hier. Ah, und die kommen direkt zum Boss. Und da kommt der Boss schon. Das ist auch nur am Ding vermutbar. Am Rücken vermutbar. Und er rastet aus. Jetzt müssen wir uns dann die Dinger hier ranhangen, was mich noch erinnern kann. Auf jeden Fall nicht so leicht. Aber wie ging das noch mal? Nee. Ah, es geht so okay. Der rastet komplett aus. Jetzt mal fliegt er seitlich. Der Angriff, was der macht, ist irgendwie ein bisschen für die Katz, finde ich. Kommt nochmal. Okay, da muss man auf jeden Fall timen hier. Jetzt. Er fliegt immer kurz dann so seitlich. Aber wir haben ihn erwischt sogar. Krass. Und da haben wir den nächsten Stern, Leute. Das ist auf jeden Fall der nächste Stern, dann. Stern erhalten. Stern erhalten. So. Dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Part hier weiter, Leute. Wieder eine neue Galaxie. Komet-Luma ist aufgetaucht. Okay. Aber ja, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part hier weiter. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder einige neue Sachen gesehen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und weiter in einem fantastischen Kanal, Leute. Ciao, ciao.